Ciao, hallo, hoi, hallo, saluten! Haha, ich bin's Darle Gino. Und bevor ihr das Video schaut, wären wir extrem froh, ihr würdet uns abonnieren. Wenn ihr schon dabei seid, klickt doch gerade auf Gefällt mir. Haha, ich wünsche euch jetzt viel viel Spass beim Video. Tschüss! Hallo zusammen, ich bin mich am Paratmachen für das Irish Festival 2019 im Dogenburg. Ich bin schon mega aufgeregt. Ich habe extrem viele Sachen eingepackt, also nicht viel. Ehrlich gesagt, ich habe nur das Nötigste eingepackt. Also wirklich ein Zelt, ein Stuhl, ein Bett, eine Schale, Gummistiefel, Schlafsack und nur ganz wenige Kleider. Also ich habe eigentlich meistens nur das an, was ich jetzt da habe. Und halt für die Nacht noch dicke Kleider, weil es würde recht kalt werden. Deswegen muss ich da wirklich noch einen zweiten Rucksack mitnehmen. Aber eigentlich habe ich wirklich extrem wenig dabei für das, was es eigentlich ist. Ich habe noch einen kleinen Rucksack dabei für die GoPro-Sachen und halt noch für weibliche Sachen, wo man halt Bedürfnisse hat, einmal im Monat, oder? Ähm, jawohl. Natürlich kann ich nicht losgehen, ohne etwas vorher anständiges zu essen. Oder ein kleines Brötchen, ein kleines Boulet und Reis. Und dann geht es nachher gleich los. Wir sind jetzt hier unterwegs. Wir fahren mit einem coolen Navigationssystem von der Tamara. Ich habe ja extra nicht gefilmt, wenn wir den Paravan aufstellen, weil ich Angst habe, wir schaffen es nicht. Aber schaut einmal. Luxus, hey! Wir haben es so gut gemacht. Ohne Probleme, gell? Yeah! Und da ist ein Luxus-Zeit da, das sich innerhalb von Sekunden aufstellen lässt. Mal da reinschauen. Easy! Was ist das? Musik Ich bin gerade wieder zuhause. Ich bin immer noch beim ersten Gebet. Oh mein Gott, aber es ist so schön. Ich glaube, wenn es noch nicht so stark regnet, können wir auch zum Mittelalter merken. Musik Ich habe eine Zaukollegin, die das erste Mal dabei ist. Also wir wachsen stetig. Musik 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 Meine Lieben, wir haben jetzt live einen eigengenähten Schotterroch. So, so, super. Stolz auf den Knöpfen. Knöpfen ist sie besonders stolz. Wunderbar. Ja, du hast dich super gemacht. Danke. Musik 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 OK Musik Josh Musik Musik Also ich meine, sieht man das dann nicht? Also in erster Linie fühle ich mich einfach so fest zuhause dort. Ich habe das Gefühl, ich komme wie nach Hause, wenn ich ans Irish Festival komme. Wie als ob ich meine Familie besuchen würde. Andererseits auch, ich meine, man sieht es, man kann tanzen. Und noch mehr tanzen. Und habe ich schon erwähnt, dass man tanzen und gute Musik hören kann? Natürlich kann man auch Guinness trinken. Hey, sorry, aber Guinness ist etwas mega Gutes. Ähm, wo ich ehrlich gesagt nachdenke, ich habe das ja gar nicht zu viel Guinness getrunken. Ich bin ja gut. Geh, komm ans! WIEMP! Wяuло! WIEMP! 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 Und dann ist der Moment gekommen, wo ich die ganze Zeit schon darauf gewartet habe. Led Farmers. No, it's not Legolas. Ellie, you know who it is. It's the Danish actor. Who is it? Legolas. Er hat meine Ohren angeleitet. I don't want to do that anymore, but I don't want to do that anymore. Aragon. Yeah, I want to be Aragon. Ja, genau da ist es passiert. Da hat jemand einfach so an meine Ohren gelangt und sind mir weggenommen. Und das finde ich ein absolutes No-Go. Egal ob ich dumme Sachen anhandle, du darfst mir nicht einfach meine Ohren klauen. Die sind nämlich mit einem speziellen Hautkleber an meinen Ohren angeklebt und es hat mir ein Stückchen Haut abgerissen. Du verdammtes Piep. Okay, weiter mit dem Video. Richtig. Das war's für heute. Musik Musik Ah ja genau, der Schlagzeuger musste aufs WC gehen und dann mussten plötzlich jemand anderes an den Bass gehen. Und somit entwickelte es sich dazu, dass irgendwie jeder ein anderes Instrument gespielt hat, als er eigentlich spielen kann. Und dass der Schlagzeuger singen musste. Das war sehr, sehr lustig. Sie haben es sehr gut gemacht dafür. Musik 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 So meine Lieben, es ist jetzt Nacht. Wir gehen doch schlafen. Ich habe extra noch dickes Zeug dabei, damit man nicht verfeuert. Gute Nacht. Grazie mille! Grazie mille! For watching the races! Please subscribe! Bye! Bis zum nächsten Mal.